Salzburg ist ein besonders glückliches Land, weil 45 Prozent der Salzburgerinnen und Salzburger sich ehrenamtlich betätigen. Daher wollen wir die ehrenamtlich tätigen Persönlichkeiten unterstützen mit einer Servicestelle beim Amt der Landesregierung für Auskünfte in all diesen Fragen, eine Anlaufstelle zu haben, wo sich Menschen hinwenden können, die sagen, was muss ich jetzt noch tun und was muss ich noch beachten. Ich halte das für einen ganz wichtigen Schritt und die Reaktion aus den Vereinen ist sehr, sehr positiv.